Hallo, ich bin die Sabine und ich bin Personal Trainerin und möchte dir heute mal zeigen, was wir alles schönes mit unserer Blackroll machen können. Die Blackroll eignet sich nicht nur zur Faszienmassage und zum Training unserer Faszien, sondern auch sehr gut, um Kräftigungs- und Lehnübungen durchzuführen. Es gibt verschiedene Stärken, die werde ich auch gleich mal ausprobieren und dir zeigen, es gibt Bälle, es gibt kleine Rollen, große Rollen, das Repertoire ist einfach riesig.